Der grünen Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er starb am Montag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit. In einer Erklärung seines Anwalts heißt es, Ströbele habe sich entschieden, dass er den langen Leidensweg, den ihm seine Erkrankung zugemutet hat, nicht mehr fortsetzen wollte und lebenserhaltende Maßnahmen reduziert. Ströbele hatte ab 1998 fünf Legislaturperioden lang durchgehend für die Berliner Grünen im Bundestag gesessen. Als erster Grüner gewann er ein Direktmandat. In den 70er Jahren war der in Halle an der Saale geborene Ströbele als Anwalt für RAF-Mitglieder tätig. Er trat in die SPD ein, wurde nach vier Jahren aber ausgeschlossen. Für seine anwaltliche Tätigkeit hatte er eine Bewährungsstrafe wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung erhalten. Bei den Grünen stieg Ströbele bis zum Bundessprecher auf. Außerdem war er einer der Mitbegründer der Tageszeitung Taz.